Ich finde es wirklich erstaunlich, so in dieser Postapokalypse, wo wirklich nur noch alles nach Tod riecht, wann man an den Punkt kommt, wo dein Ideal wird. Und Lofen ist nicht, oder was? Nicht, nicht, da bleib, immer an den Kopf. Die erste Regel heißt, immer an den Kopf. Ach Gott. Oh. Die Fässer durch... Ach du Scheiße. Oh nein. Oh, das sind ihre Freunde wahrscheinlich. Oh nein. Oh, Gott, nee. No! Oh, no! Don't leave us here. We want to come with you. You can't come with me, okay? Holly, when are you coming back? Who would do this to a child? Oh, Gott, hat sie die Kinder so zurückgelassen? I mean, I know the world's going to hell. It's awful. All of it. With a child? I know. Wer macht denn sowas, Alter? I knew it was bad. But I didn't expect this. Ja, Zelt untersuchen. Boah, nee. Ach so, auch noch ein Kind oder was? Aber Jugendliche. Ja, gegen die Praxis, ne? Patronenhülsen. Aha. Schön, 67, verstehe. So, Campingkocher. Können wir die mitnehmen? Boah, nee. Lieber nicht. Oh, Gott. Ich hoffe, wir sind nicht hier lange genug, dass wir das brauchen. Es gibt keine Kohle in es. Oh, Mann. Oh, Mann. Na gut. Schauen wir uns mal ein Blutlache. Schauen wir uns die Blutlache an. Ich hab schon erwähnt, die Stunge ist diesmal ein bisschen bockig irgendwie. Jetzt ist mal ein bisschen flinker laufen. Hier sollte wohl jemand nicht durch. So, oder denn? Wollen wir nicht mal Macheter, oder was? Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Dass wir den vielleicht noch hätten wir brauchen können für irgendjemanden, der uns jetzt gleich bedroht. Na denn, los. Runterschneiden. Da kennt man. War der der erste Offizier? Wer weiß. Oh, Mann. Also, wenn es... Ah, die Werte. So sieht es aus, Pete. Stay focused. Wir müssen die Aufjahre im Blick behalten. Reiß sie zusammen. Du bist richtig. Chronologisch... Also, dadurch, dass es ja vor The New Frontier spielt, müsste das jetzt wahrscheinlich ein paar Monate nach dem Ausbruch erst sein. Hallo? Was sehen Sie? Ich sehe die Kasse. Tür? Wir sind hundertprozentig nicht allein da drin. Schau doch mal hinter den Tresen erst mal. Oh, kipp mal hier. Jackpot. Kippen. Für sich. Ja, weil er noch da ist. Antibiotika. Sehr schön. Medizin! So, Konserven. Wir nehmen mal Medizin mit. Und die Medizin. Gott, ich hatte diese drei Mal pro Tag. Frühstück, Essen und Essen. Ich traf meine Mutter verrückt. Zigaretten. Nicht uns das zu Berto. Wir haben es endlich nur gewonnen, um zu verhindern. So, haben wir noch was. Munition. Oh, schön. Plenty of Ammunition. Na, ist so. Auf jeden Fall. Jackpot in die Tasche. Wir müssen sehen, was wir noch finden können. Na, denkt ihr, was ihr noch findet? Bitte ruhig. Das war der Jackpot. Logan. Und Santos. So, die Tür. Die werden wir mal nicht anfassen. So, der Verkaufsautomat. Instant gegentreten. Wäre geil. Wird da lachen, wenn jetzt wirklich einer rauskommt. Plopp. So ein 20 Jahre alter Bounty. Boah. So, was haben wir hier? Fruchtetränk in Sporttasche geben. Wird nicht wissen, wann ihr noch eine andere von diesen finden könnt. Hätten wir jetzt vielleicht nicht in die Sporttasche packen sollen? Glas mit Süßigkeiten. Kann ich es nicht einfach so nehmen? Was ist, wenn mir jetzt die Tasche geklaut wird? Dann ist alles weg. Aber ich kann es auch nur tatsächlich in die Tasche packen. Ich habe eine von diesen Geräten gehabt. Schade. Wer sagte, ich werde es mitmachen. So, Piet. Und du hör mal auf, jetzt die ganze Zeit in so ein leeres Regal zu starren. Irgendwie. Ja, hier ist... Ist leer. Schau einfach weiter. So, okay. Was haben wir hier noch? Oh, komm. Wir schauen unten drauf. Ja, verkauf es automatisch. So, was haben wir hier vorne? Vandal. Alter, das ist immer. Das ist ja... Der heilige Gral des Loot-Raums. So, das müsste jetzt gut gewinnen sein, oder? Schauen wir hier vorne noch. Oh, nee. Warte mal, spinnt. Hier ist noch ein Spind. Nochmal für Logan. Logan hat zwei Spinde. Läuft für Logan. Alles? Wo ist der? Oh, stich in den Spind. Wer ist da drin, komm raus! Mit der Kasse können wir nur interagieren? Okay. Shit! Oma, 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 Oma. Mach ich sowas. Greg! What's going on? Easy. Easy. Who are you? Look, kid, just... Tell me. Now! Starre ihn nieder. Starre ihn nieder, ist auch geil. We're just passing through. Yeah, sure you are. That bag belongs to us. So step aside, alright? Oh, zittrig, zittrig. Beruhig die mal. Don't be stupid. I don't want to do this. But we need that stuff. So just back up. Take it. It's yours. Damn! Oh, nein! Jack, hold on! Oh, das wird wohl nicht. Start in die Tasche. Los! So, zack. Und da geht's erstmal los. Wir stylen uns schon. Wicken es sich hier durch die Bande. Los, hier. E, Q, E, Alter. Kombo jetzt vorher noch. Sensationell. Ausgewischen. Durch den Trimmel. Richtig gut das Ding. Ah, komm, ab. Los und hilf Greg. Los! Smash! Ah, siehst du, war noch nur eine Frage der Zeit, bis die Machete hoch von irgendwo kleben wird. Ah, du meinst, wir können mit der Kasse interagieren, ja? Jo, ja. Oh, ja. Boah. Boah, Gott, komm, Alter. Oh, noch ein Kassenbogen dazu. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Na, alle gucken, bitte Röppelt. Jetzt sieht man die Pfirsiche, Alter. Hey! Stopp her! Hallo, wer bist du? Hey! Bleib dran. Randall! Shit! Wer sind die? Wer ist er? Oh, nicht doch. Es sieht aus, dass du uns die Pfirschen hast. Schön, dass du. Nee. Du. Du musst mich schrauben. Und du hast Hilfe. Interessant. Ich dachte, du warst ein Solo-Akt. Ich denke, wir hatten, dass du falsch gemacht hast. Da kennst du uns? Ne, kennst du uns nicht. Also. Zu Norma? Oh nein. Das sind die mit den 17er, du wisst ja schon, was das für Leute sind. Oh nein. Ich hab da gewusst, das ist ne Falle. Cool. Das ist geil. Schön. Zieh mir den Rumpf, den Pücher. Lass mich reden. Hey, ich werd's wunderbar verkacken jetzt. Du zuerst? Na, was haben wir denn getan? Na, was haben wir denn getan? Shut your mouth. I'm talking to your... cohort. We're not the only ones you've stolen from. I didn't steal shit from you. We just found that bag. She's probably the one who took us. I wasn't talking to you. Jetzt fällt sie uns noch den Rücken, Alter. Let's see here. Nice machete. You handle those walkers back there. How are you against something that can actually fight back? It's plenty sharp. Take good care of this blade. Untie me, and I'll show you. I'll bet. Weeping like this, you've got to be comfortable getting in close. Getting messy. You know, every person we find living, they got some dead with them. Who was it for you, I wouldn't? Mother? Father? A couple sisters, maybe? Und schöne Wundenpunkte, Alter. Okay, er hat uns richtig schnell geschaut. Wir nicht. Wir sind furchtlos. Ach, rei, Alter. Was ist das denn? Waterbird, let's grüßen. Jetzt ein bisschen die Mucke, jetzt ein bisschen Borderlands-Vibes. Sehr cool. Vielleicht, ähm, ist Randall, ja auch nicht unbedingt der Bad Guy. Vielleicht denkt man das am Anfang so so viel. Der Fokus war ja so, okay, Kabelbinder, sollen wir gleich denken, dass die die Schlechten sind? Sieht scheiße, scheiße aus. Was war das denn? Leute. Lichter. Das ist doch geil, Alter. Sieht gar nicht mal so gut aus hier. Ach, rei, wir haben eine Matrone. Wunderbar. So ein bisschen wie Tucker. Okay. Ne, weil wie gesagt, es kann ja auch sein, dass die jetzt bewusst den Fokus jetzt, dass sie uns irreführen wollen am Anfang. Kann auch sein, dass sie die Arschlöcher sind. Ich weiß ja tatsächlich nicht. Aber alles kann sein. Alles kann sein. Das war die Knutsch, David. Ich weiß ja nicht. Hier, habe ich gefunden, dass du die Medizin gefunden hast. Danke. Ich werde das zurück in die Schlechtbähe. Hey, dein Job ist noch nicht fertig. Komm her. Obwohl, wir hatten halt auch schon mal so eine Mutti in, ich glaube, der in der ersten Staffel. Ja, irgendwie wie Kannibalen. Klopp. Ich bin auf dem Ferry, along with this. Das war ein bisschen. Das war ein bisschen. Immer. Fing auf uns jetzt Hektik. Wir waren nie hier. Wie sollen wir ihnen jetzt damit beiwesen sein? Beim Klauen. Ja, muss ich festhalten. Das ist derjenige, der uns verletzt, hat uns gehalten. Ich bin entschuldigt, wenn meine Brüder dich nicht verletzt hat. Randall, stehe diese Mädchen in die Storeroom. Find einen Ort für die anderen zwei. Was? Das ist mein Brüder! Komm her. Du hast das unter Kontrolle? Sam! Ich meine, das sind halt auch noch Kinder irgendwie, also. Also, fast noch Kinder. Tja, was würdet ihr denken, irgendwie? Sind es die Feinde? Also, sind das jetzt die Antagonisten? Würde mich mal interessieren. Ja, da hat man den Fokus auf die Kabelbänder. Was ist denn Greg? Oh, finde ich schöne Taschen. Oh, finde ich schöne Taschen. Und sie wird wissen, was du mit dem Rest of it getan hast. Und wenn sie nicht? Die zwei von uns werden uns selbst ein Gespräch. Ich werde dich nicht machen. Habe ein Augenblick auf sie. Sie hat ein Knochen, um Probleme zu beginnen. Oh, wirklich. Voll Monobraue. Und du willst das nicht? Verrückst mich. Nichts wird hier passieren. Sie sehen, dass es nicht. Erstmal ein bisschen entspannen den Typen. Und dann natürlich, wir werden niemandem vertrauen. Mach dir selbst komfortabel, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja, was hättest du machen sollen? Wer weiß, was sie tun hat mit ihm? Ach, wie? Ach, sie war das. Aha. Da, mit dieser Schwimmweste werden wir es aufschneiden können. So, die Sporttaschen haben wir hier. Hier haben wir First Apes. Tja, Toxik jetzt erstmal nischt. Wir gucken mal. Mob Jack. Das ist der Name der Faerie. Diese müssen sie von dort kommen. Ich werde niemals auspannen können, meine Hand auszupfen. Das war schon voll. Wie soll ich es wissen? Nienienienienien. Einer der Mob Jacks erste Apes. Tja, jetzt kann man sich tatsächlich bloß einen Stumpf hier angucken, ansehen. Sie retten. Sie helfen jetzt auch nicht weiter. Was ja jetzt auch normal ist, irgendwie, ne? Also alle sammeln und glauben ja irgendwie zusammen. Die Frage ist nur, haben die die Leute auf der Fähre erschossen? Oh je, Flashback. Incoming. Oder doch nicht. Tja, ansonsten, mit was können wir jetzt hier interagieren, Freunde? Oh. Oh. W-What's going on? Uh, uh, uh. This is freaking me out. You're freaking me out right now. I'm so sorry. Also man muss sich mal überlegen, wie krass muss das sein tatsächlich irgendwie? Also wenn du, wenn du, wenn du in, 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 in so einer Apokalypsensituation deine Kinder verlierst, ist das schon eine Schreckliche, was passieren kann. Aber wenn du sie zurückgelassen hast, weil du denkst, du kommst nochmal zurück und deshalb gestorben sind. Wie schlimm muss das sein, ey. Und der noch irgendwo einen funken Willen in dir zu finden, weiterzuleben, ist schon schierig Wunder. Randall hat sie alle. Everyone. Oh. Echt, ja? Ah, schwierig. 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 Dann haben sie das, was erlacht. Das ist, warum diese Sachen hier ist. Das ist, was sie tun. Sie denken, sie haben alles auf dem Wasser. Was sie finden, sie nehmen. Und wenn du ein Kampf machst, well, du wirst, was passiert. Sie haben einfach... Es ist nichts für sie. Ich habe gesehen, was Randall getan hat. Jetzt verstehst du es? Wenn es jemanden da gibt, der du überraschst, sagst du nicht diesen Leuten eine Sache. Ja, wir werden uns auf jeden Fall verdeckt halten, irgendwie. Also, ich bin zu 80% sicher, das ist ein Ende der Arsch ist, aber 20% sind immer noch da. Ich bin zu 80% hier. Aha. Tja, den muss er jetzt abhauen. Den sind die Fronten geklärt. Randall ist der Feind. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie weit jetzt hier richtig ist. Oh. Boom, Alter. Headbutt. Oh, das war knapp. Wir sind hier fesselt. Ja, das lief, ähm, nicht so gut. Unser Fluchtversuch. Ach, scheiße. So, Michonne. Ja, schon in Aussie war. Interessante Namen. Gwendolyn. Nichts. Musik. Ja, du hast uns hier, ne? Wir sind hier festgehalten von dir. Wird aber auch so. Tja, na dann, konfrontiere doch mal mit Fragen. Du musst nach Hause gehen. Geh. Verstehe es eine Friedensofferung. Da geht's. Da geht's. Also, erzähl mir. Du und Samantha. Wie lange habt ihr alle zusammengekommen? Ich habe noch nie gesehen. Aber dann, vielleicht haben wir auf den Boden geblieben. Ich habe gerade Sam heute kennengelernt. Wirklich? Und was hat dich auf die Ferry gebracht? Sieht sehr strange, dass du einfach auf den Boden schraubst. Ich werde auf jeden Fall nichts von meinen Freunden jetzt erstmal sagen. Ich werde doch der Boot nicht erwähnen. Ja. Geh Janie, um einen Crew an zu den Mobjacken zu holen. Mal sehen, ob jemand anderes auf das Signal hat. Bring jemanden sie finden hier. Sie brauchen Hilfe. Wir nehmen sie. Wie geht's mit deinem Grupp? Es gibt noch andere? Ich muss wissen, wer mit dir ist. Sie können nicht informieren. Es gibt noch mehr von uns. Ich habe so viel. Ich weiß nicht. Ich habe so viele kleine Gruppen. Es gibt noch viele kleine Gruppen. Ich weiß, wie diese ganze Sache sich versteht. Ich verstehe. Aber es gibt mehr davon, als du herausfühst. Seitdem du gerade kennengelernt hast, gibt's etwas, wie du solltest über Samantha wissen. Die Frau ist eine Natur-Born-Band. Ah, Mann, echt, jetzt ist doch scheiße. Du kannst aber auch lügen, wie ihr doch... ...sie sagte, es war all ihr fault. Sie ist sorry, und... ...wollt ihr bitte, helfe ihr zu erheben, big, bad Norma? Bin ich warm? Das wäre nicht das erste Mal, dass sie diese Länge zu jemandem geflogen hat. Du glaubst sie fast, nicht wahr? Ja. Sie hat so etwas gesagt gesagt. Siehst du? Ich wusste, dass sie das wäre. Ich stelle doch mal die richtigen Fragen jetzt. Wir müssen... Ja, aber sie ist nur ein Kind. Wieso hört sich das nasch? Was denn an? Es gibt eine gute Bühne zwischen dem Genereus und dem Bezüge von. Jeder hat eine zweite Chance, ich glaube das. Aber nie eine dritte. Die meisten Menschen werden Sie sich verletzen, wenn Sie sie lassen. Sie geben mehr chances als die meisten. Es ist nicht einfach. Ich versuche diese Leute zu retten. Das ist das, was wir hier machen. Ich bringe Leute in, sie sehen, dass sie geflogen, geflogen, nachzudenken. Was ist das, was Sie von ihnen nehmen? Die Salvatung? Wir brauchen die gleichen Dinge, wie jeder macht. Wir brauchen die gleichen Dinge, wie jeder macht. Wir leben. Ich erzähle dir nichts, was du nicht wissen. Vielleicht bin ich nicht klar. Das ist mir egal. Drück du doch mal mit ein paar Antworten raus hier. Wir haben trotzdem nicht. Was? Das ist das, was wir tun. Bullets, ammunitions, handguns, und ein paar Räufler. Ich habe keine Schlüssel. Ich habe überhaupt keine Lede, Natürlich nicht. Bring in den Kind. Was? Mach es! Okay. Das wird funktioniert. Ich weiß, er wird nicht mit mir sprechen. Ihre Siegern wahrscheinlich füllen ihre Kopf mit allen verschiedenen Berichten. Du kannst die Frage fragen. Das ist... Let's go of me! Ich denke, dass es ein Schmerz in der Arsch läuft in der Familie.